Wenn du schon immer mal wissen wolltest, wie du WWE 2K15 auf dem PC modifizieren kannst, dann solltest du dranbleiben, denn ich gebe dir alle Grundlagen, die du dafür brauchst. Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial hier auf dem Kanal von Franz Zockt. Mein Name ist Franz und jeden Tag lade ich für euch Wrestling Games Videos hoch. Also falls euch das interessiert und ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, dann könnt ihr einfach unten kostenfrei auf Abonnieren klicken. Ja, heute soll es also darum gehen, wie man WWE 2K15 modifizieren kann, beziehungsweise ich werde euch die Grundlagen geben, was ihr dafür wissen solltet, was ihr dafür braucht und was es da zu verstehen gibt. Ich werde mich dabei fokussieren auf die Modifikation bezüglich Texturen und Models, also 3D-Models, so Sachen wie Titan Tron und Minitrons werde ich vielleicht ein andermal beleuchten. Als erstes mal braucht ihr natürlich WWE 2K15 für den PC, dafür braucht ihr einen 64-Bit-PC und wenn ihr das legal macht, natürlich die Steam-Version. Dann ist es wichtig erstmal zu wissen, wo sind die ganzen Dateien angeordnet. Da habe ich euch einfach mal hier den Ordner verknüpft auf meinen Desktop. Hier seht ihr den Pfad, Programme Steam, Steam Apps, Common, WWE 2K15. Und das erste, was ihr machen solltet, hier sind zwei Dateien, die nennen sich plistwin32.arg und so eins genauso, nur mit der Änderung DEF. Die könnt ihr aus dem Ordner rausnehmen, die braucht ihr nicht, die hindern nur am Modeln. Warum, wieso, ist erstmal nicht so wichtig. Die ganzen Dateien, die ihr modifizieren wollt, sind in sogenannten PAC-Dateien angeordnet und die könnt ihr euch vorstellen, wie ganz viele Archive ineinander. Ein Ordner in einem anderen Ordner in einem anderen Ordner. Und ich werde euch heute alles mal an dem Beispiel von Ray Mysterio zeigen. Den findet ihr nämlich unter dem Ordner CH, Charakter heißt das. Und jeder Charakter hat eine eigene Pack-Datei. Da gibt es nämlich eine schöne Liste und hier seht ihr die. Die gibt es hier auf smactalks.org und Ray Mysterio ist die Nummer 123 und dementsprechend wäre er hier. Und den habe ich hier einfach mal ausgepackt und hier ist Ray Mysterio. Und da in diesem Pack-Ordner, okay, in dieser Pack-Datei, die öffnen wir einfach mal mit einem Hex-Editor. Da gibt es auch kostenfreie. Da solltet ihr am besten Grundlagen besitzen oder euch mal Tutorials angucken, wie man mit irgendeinem Hex-Editor umgehen kann. Ich habe die einfach mal hier geöffnet. In dieser Pack-Datei gibt es jeweils Ordner für verschiedene Detailes. Ich habe das einfach mal hier geöffnet. Detail 1, Detail 2, Detail 3. Aber bevor ich dazu komme und weiter mit der Texturmodifikation loslege, möchte ich euch auch nochmal die Location oder die Ordnerstruktur von dem Safe-Ordner geben. Dort sind alle Informationen gespeichert von euren Cores, von eurem Spielstand und so weiter. Hier seht ihr oben den Pfad eingeblendet. Diese Nummer könnte sich unterscheiden. Und CAS symbolisiert immer eine Core-Datei und die Main-Dateien zeigen euren Spielfortschritt. Ja, das wollte ich nochmal kurz einwerfen. Also, dann, um so eine Wrestler-Pack-Datei zu öffnen, braucht ihr ein Programm. Theoretisch könnt ihr das alles mit einem Hex-Editor machen. Aber ein Programm, was sich dafür sehr gut eignet, nennt sich Ex-Packer. Dieses ist leider nicht kostenlos, denn der Entwickler verlangt eine 14-Dollar-Spende via PayPal. Das kann man auch nicht cracken oder sonst was. Deswegen würde ich euch das empfehlen, euch das zu kaufen, wenn ihr sorgenfrei modden wollt. Und vor allen Dingen frustfrei. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das erleichtert viele Dinge sowas von. Das glaubt ihr gar nicht. Wenn ihr dieses Programm habt, dann sieht das wie folgt aus. Das ist dieses Ex-Packer-Programm. Das ist jetzt im Prinzip das Etail 1 von Ray Mysterio geöffnet. Und das hat viele Unterverzeichnisse. Und hier haben wir 0, 0, 0. Das ist die Model-Datei. Und 0, 0, 0, 0 a und 0, 0, 0 c sind die Texturen. Ja, und ich möchte euch einfach mal zeigen, wenn man, ich möchte euch einfach mal den Inhalt von 000A zeigen. Dazu gehe ich einfach nochmal an meinen Morning-Grundlagen-Ordner, Teil 1 und dann Texturen. Ich habe das für euch alles mal vereinfacht, also so müsst ihr euch das vorstellen, diese Pack-Dateien einordnen in einem anderen Ordner, in einem anderen Ordner, in einem anderen Ordner und immer und immer so weiter. Hier 000A entpackt wäre das hier und hier sind ganz viele DDS-Dateien. Das sind Texturen, das sind Image-Dateien wie JPG, also JPEG oder PNG. Diese könnt ihr mit einem Bild-Ordner, mit einem Bild-Programm eurer Wahl öffnen. Ich habe jetzt einfach mal Paint.net genommen. Das ist ein kostenloses Programm und das kann problemfrei DDS-Texturen und Dateien öffnen. Das ist zum Beispiel beispielsweise die Textur von der Maske von Ray Mysterio. Die könnte ich jetzt hier bearbeiten, speichern und wieder importieren. Also X-Packer hilft euch beim Extrahieren von Dateien, wie sie wieder importieren, dass alles am Ende wieder reibungslos funktioniert. Auch im Verzeichnis des Details, was ich euch hier gezeigt habe, gibt es eine Objekt-Datei. Die könnt ihr auch verändern, also wenn ihr das Model verändern wollt. Dafür braucht ihr ein weiteres Programm. Leider kostet das auch was. Kommt vom gleichen Entwickler, vom guten Theken 57. Das verlangt eine Spende von 13 Dollar. Hilft euch aber ungemein, wenn ihr wirklich das Model verändern wollt. Das Programm nennt sich X-Ray. Okay, und dann habt ihr alle Objekte hier aufgelöstet. Hier haben wir nämlich den Kopf, dann kommt der Torso und so weiter und so fort. Zum Beispiel 18 ist sein Oberteil und Objekt 17 ist seine Maske. Das kann man dann exportieren und einem 3D-Programm seiner Wahl öffnen. Ich habe mir beispielsweise Blender ausgelöst, das ist auch kostenlos, die Textur reingeladen und das könnte ich jetzt hier verändern. Wichtig ist hier, dass man nur die Knotenpunkte verändert. Okay, man darf keine Knotenpunkte hinzufügen oder löschen. Man darf die Knotenpunkte nur vom Ort her verändern. Also, Objektdatei mit dem Programm X-Ray könnt ihr ändern. Okay, das war eigentlich schon meine kleine Zusammenfassung von all dem, was ihr grundlegend wissen solltet. Ich werde da nicht aufs Detail heute eingeben, falls ihr da noch irgendwelche Vorschläge habt oder wenn ihr irgendwas im Detail wissen wollt, dann könnt ihr mir das unten in die Kommentare schreiben. Ich werde euch noch ein paar Anlaufstellen geben, wo ihr gucken könnt, wenn ihr weitere Infos braucht. Und zwar ist da das MacTalks.org-Forum sehr hilfreich. Da gibt es einen eigenen PC-Bereich mit eigenen Tutorials und so weiter. Leider auf Englisch. Dann könnt ihr auch im offiziellen 2K-Forum gucken. Dort gibt es auch ein ganzes Modding Directory. Auf beiden Seiten findet ihr übrigens auch Mods zum Runterladen gratis, um euer Spiel zu erweitern. Mit Charakteren und was nicht alles und weiteren Anleitungen. Wie gesagt, aber alles nur auf Englisch. Und natürlich auch noch WrestlingGames.de, dem Wrestling Games Forum in Deutschland überhaupt. Dort gibt es auch zeitweise oder teilweise Support. Oder wenn ihr Fragen habt, gibt es bestimmt auch einige, die euch dort helfen können. Also wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was wollt ihr in Zukunft sehen. Das war ein sehr grundlegender Überblick. Ich wollte euch nur mal sagen, auf was ihr euch alles gefasst machen könnt, wenn ihr moddet. Und was nicht alles. Eins habe ich noch vergessen. Und zwar, wenn ihr mal irgendeine Datei in diesem Steam-Order, die ich euch hier gezeigt habe, verändert habt und ihr das Original nicht mehr habt. Dann ist das nicht so schlimm. Ihr müsst euch das ganze Spiel runterladen. Und ihr könnt einfach Steam öffnen, ja, ihr könnt einfach Steam öffnen, in eure Bibliothek gehen. Rechtsklick auf WWE 2K15 machen. Geht auf Eigenschaften, auf lokale Dateien und Spieldateien auf Fehler überprüfen. Dann werden alle fehlerhaften, beziehungsweise unoriginalen Dateien nachgeladen. Und nur die und nicht das ganze Spiel. Sehr hilfreich. Und ihr müsst nicht das ganze Spiel nochmal runterladen. Das soll es auch schon gewesen sein mit diesem grundlegenden Modding Tutorial. Was braucht man alles? Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was wollt ihr als nächstes wissen. Wollt ihr wissen, wie man Titan Trons macht? Wollt ihr wissen, wie man ganz genau Texturen bearbeitet? Wie man Models bearbeitet? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich da interessieren. Ich werde euch da auch helfen. Ansonsten könnt ihr auch noch Fragen oder sonstige Fragen in die Kommentare schreiben. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Euer Franz. Dieses grundlegende WWE 2K50 Modding Tutorial für den PC war Teil meiner wöchentlichen Wrestling Games Sendung. Die nennt sich nämlich World of Wrestling Games. Die kommt jeden Samstag on Demand auf YouTube raus und auf WrestlingGames.de. Die könnt ihr einfach mal abchecken. Hier im Video sind die verlinkt und auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Also, falls euch das interessiert, könnt ihr mal vorbeischauen. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Eure Fragen in die Kommentare schreiben. Social Media Accounts, Links und so weiter sind alle in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten bin ich auch mehrmals in der Woche live auf hitbox.tv und streame dort WrestlingGames. Ich freue mich auf euch und bis dahin wünsche ich euch einen angenehmen Resttag. Daumen hoch für cool. Erblog aus. Euer Franz. Euer Wurzock. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.